Ich habe die meiste Zeit auf dem Sportcampus in Ginnheim verbracht. Der ist sehr familiär und nicht so groß, aber war zeitweise natürlich auch auf dem Campus im Westend für den Fachbereich Deutsch, der ja von der Architektur auch total schön ist. Oder auch in Bockenheim für den Fachbereich Mathe.